Musik Krankheitsvorbeuger und Heilung Trainer, ich bin im Moment sehr anfällig für alle möglichen Krankheiten. Was kann ich vorbeugend tun? Ein Sprichwort sagt, vorbeugen ist besser als heilen. Der Weltenlehrer Sei Baba drückt es gezielt aus. Ein guter Charakter ist die Quelle der Gesundheit. Die Gesetze für ein gesundes Leben. Erstens, sei gut, verletze nie, tue nur Gutes voller Mitgefühl und habe Vertrauen in Gott. Zweitens, sei voller Freude, lächle immer und begegne Freude und Leid mit Gleichmut. Drittens, sei mutig, lasse dich nicht vom guten Ziel abbringen, schaue dem Schlechten ins Gesicht, kämpfe dagegen. Viertens, sei ehrlich, stehe zur Wahrheit in dir, Lüge und Stele nie, um Vorteile zu bekommen. Fünftens, sei mäßig, verschwende keine Energie, Nahrung, Zeit oder Geld. Sechstens, sei geduldig, der richtige Zeitpunkt kommt immer. Übe dich in Geduld für jede Situation, lerne warten und nutze die Zeit. Aufgabe, erkenne und lebe es. Guter Charakter ist die wichtigste Quelle der Gesundheit. Charakter ist meine Lebensmaxime. Dies macht mich gesund und beugt vor. Fünftens, dictur soll ichן? Ansonsten, dr